Ich bin jetzt schon, ich glaube mal blauen sind schon in vier Kilometern. Kann man nicht zoomen, wenn man ein Video dreht? Ja. Ja? Hilft sich die Augen. Zeig ich nur dazu. Lieber Testiger, 2003. Was, 2003? Nicht einmal. Vor neun Jahren. Händengrütze. Alter, du kostest 50 Euro Technik von vor neun Jahren. 2004 vielleicht. Das ist doch Hammer, mehr HD-Fischstäbchen. Also mittlerweile gibt es 62 mal. Ja, kostet aber auch... Also fast das 200-fache als jetzt, mit deiner Kamera. Hammer, mehr. Alter, das ist 50 Euro. Soll ich mal dein Ohr füllen? Oh, stimmt dreckig. Die inside. Die ihr. Filt gut. Ich glaube, das ist das 1-540 Euro. Ich glaube, das ist das 1-540 Euro. Aber wie soll ich das? Ja. �. Vielen Dank.